Musik 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 Hurrikan 2012. Mittlerweile regnet es, aber wir haben ein Twin Shadow bei uns. Ich bin schon mittlerweile ein bisschen lediert, sorry. Und er sagte uns, sein Auftritt vorhin war trotz des Regens besser als auf dem Southside gestern. There were some sound problems yesterday at the Southside festivals. Ja, ja, da waren wir. Die Soundmen waren nicht sehr gut mit uns. Es betrifft wirklich auf was wir spielen. Wir spielen in Barcelona letztes Jahr und wir fühlten sich die größte Party-Band auf der Erde. Es war verrückt. Und dann einige Tage ist es wirklich chill und die Leute einfach zu hören und die Musik zu hören. Ich denke, dass wir beide, wir versuchen, beide sehr gut zu machen. Wir spielen in Finnland. Wir haben einige Unternehmersen auf der Stelle gestellt. Das fühlte sich wie eine Party. Die Strokes waren eine dieser Band. Die Band sind so einfach. Und sie machen keine verrückte Dinge. Sie haben keine verrückte Pyrotechnik. Sie haben ein tolles Video und was anderes. Aber sie sind eine Band, die der Sound und ihre Energie sind so konsistent und so fokussiert. Sie haben eine Art und Weise, die das alles ich frage. Und dann haben die Band, die mit vielen Gässen auf der Stelle auf der Stelle aufbauen, und das die Energie aufbauen und nicht die Geräte verletzten. Die Band, die Radiohead, machen so ein gutes Job. Wir haben unsere guten Freunde, M83, die wirklich auf eine Show machen und sie nicht lassen die Dinge übernehmen. Sie halten ihre Energie sehr hoch. Und diese sind Spiele, die wirklich inspirierend sind. Spiele, wo es nicht immer eine DIP gibt. Ich bin in Roskilde mit meiner Freundin, die ist Schwedisch. 2008 oder so. Und es war eine gute Erinnerung, aber eine wirklich schlechte Erfahrung. Ich meine, es regnet, 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 in der Wasser und die Leute zu den bästern, in deinem Bett. Und es war wirklich schlecht. Und es macht mich herausfinden, dass ich nicht ein Festivall-Type. Ich gehe in eine Rave in der Mitte der Forest, aber ich will nicht ein Festivall. Ich weiß nicht, ob ich so viele Bände liebe, ehrlich gesagt. Es ist schon ein Problem. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, wo wir sind. Und ich habe immer... Viele Leute haben immer gesagt, dass... Viele Leute, die uns viele Mal gesehen haben, immer sehen, dass ich mich auf den Drummer, und ich gehe zu ihm und sage etwas, und dann gehe zu dem Mikrofon. Viele Leute denken, dass ich mich psyched, oder ihn pumpen. und dann sage ich mich, was wir in? Und dann, viele Mal, er sagt mir die falsche Stadt, und ich sage, Seattle! Und wir werden in New York.